Ja, aus der Lettretage Zeitschriftenbibliothek, die Lichtungen aus Graz, die Nummer 142, 2015. Ein Gedicht daraus von Tom Bresemann. Je stärker die Linke, desto friedlicher das Land. Der Inhaber des lyrischen Ichs im Eingangsbereich, bitte bei den Kassen melden. Was wir brauchen, ist mehr Geld als Gott. A whole new generation to sell to. Please remain calm and assertive until we come back. Von wegen, overshoot und so. Heute ist Tag der Selbstbenennung. Die biologischen Sachverhalte könnten dich einfach wegdiskutieren. Hand aufs Herz, Fatih, wann hast du gemerkt, dass du heterosexuell bist? War das gleich, nachdem du rosa oder blau anliebst? Wie uncool. Rauchende Eltern. Wir sind gegen die Auserwählten der Zersiedlung. Und wen die Heimat so sehr liebt, zieht die Fassaden blank. Wie sagt man so schön? Punk kommt von Pünktlichkeit. Hört denn das Jahrhundert überhaupt nicht mehr auf?